Hä? Mein Game ist ge-freezed Hier ist es nicht mehr Alter! Das ist bei mir, Alter Versuch Actions zu machen, aber es geht die ganze Zeit an und aus Achso Achso Nein, was? Ich hab den nicht gesehen, Mann! Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Vor allem, ich mach das Fenster kaputt und eine scheiße Ladung schwebt da einfach noch weiter Achso Oh, Fetter kommt, oder? Nö Lol, ein Gegner nur noch? What the fuck? Ach der Typ Was ist der? Ach da, das war ein Gegner! Bist du B-Gegner? Er läuft dann vorbei Ich dachte, das wär ein T-Vane Hallo Ja gut Lass den mir Nicht killen, nicht killen, er ist 11k Echt? Er ist 11k, ohne Scheiß Trollt ihn Ich hab'n C4 Kommt jetzt erstmal hin Kommt ihr nicht? Okay Goodbye, mein Freund Oh shit Oh shit Tabak-Foto Richtig schön dem Ass Wie der Gflogen ist Er war sogar der Planter Ja die sind hier um der Ecke, alle Hier geht Ich komm mal zu euch Ah, Klicke Ich fahr mal mit ab Wichser, Mann Er geht mir nur One-Taps Wichser, Mann Er geht mir nur One-Taps Wichser, Mann Wichser, Mann Er geht mir nur One-Taps Nein Ich bleib auf jeden Fall drin Ich bleib mit Puls Wie passiert sowas so schnell? Haupteingang An der Treppe Achtung, ich hol jetzt ein Free-Kill jetzt Nein, da ist... Oh mein Gott Ein Free-Killer hat er holt Du Idiot Er ist doch da hingegangen Warum hast du ihn denn verscheucht? Ein Free-Killer-Oli Aber mit Ansagen Muss man mir echt lassen Guck, ich pulse Oh mein Gott Ich hör ihn bei mir Oh mein Gott, die vier Kima guckst du bei mir gerade? Ich legge Holy fuck Hast du die Uhr im Hintergrund? Jutz, ich werde so sterben Ich legge so heftig Oh mein Gott 4.600 Pingo Oh Mann Oh Okay, das geht wieder Oh mein Gott, die haben da noch Puls ist im Raum Wir müssen, wir müssen Caveira finden Weil Puls ist im Raum Jemals das nicht Oh mein Gott Oh mein Gott No Ich eh Puls, was macht Puls da? Please Oh, ich bin los Puls ist im Raum und er hat gebrackdanced Ich bin rausgeflogen Danke für die Info Ist es clean hier, Alex? Oder warum noch ein Drone? Ja, guck doch mit deinem Gerät Naja, Fußspuren sehe ich hier nicht Ja okay, dann ist es clean Geh bei uns ein Das heißt, hier war es clean Kann da immer noch einer hinkommen Ähm, die Geiern bei der Treppe Ähm, die Geiern bei der Treppe Ja? Ja Alex, sie sind Fußspuren Oh mein Gott Oh, Camara, Camara, Camara Hinter dir! Hinter mir! Warum sagst du mir das nicht, Alter? Oh mein Katz hat sie das auch Der hat mich auch gedowned Ihr müsst unbedingt zu uns Halt's Maul Wussi, Wussi, sag mir wenn sie euch hört Ja Jetzt hört mich Haha, nein Halt doch mal dein Maul Mal berühmte doch Oh, aus Versehen hat unser Leib Super cool What happened? Das wird zu close, Alter Oh mein Gott, Alter Gewämmle Scheiße Joho, Alter Leute! Twitch-Drohne von mir Echt da, hinter dir Was war hinter mir? Da unten ist einer Bei mir ist ne Twitch-Drohne, die mockt mich voll Oh, da sind zwei Leute Ich hab Ash Da ist noch einer, da ist noch einer Danke Hä? Was? Wo? Da unten Über uns ist auch einer Ja Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll Ich fahr einfach nach oben zu rein und ihn zu killen Cover dich Ich hab Twitch Au Oh, hinter dir! WTF? Ich hab ihn Nice Bei jemand? Oh nein Ups Bei mir irgendwo Hä? WTF? 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 Was? 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 Pass auf Marvin, der ist heftig, der Typ Was? Guck ihn an! Guck ihn an! Was macht er mit uns? Was soll er? Alter Alter Alter! Alter! Was? Holy shit! Der hat was an! Oh mein Gott! Der hat was an! Oh mein Gott! Gib ihn! Gib ihn! Oh! Ace! Oh mein Gott! Noch! Renn raus und ficken, Juge! Der war da! Genau! Oh mein Gott! Nice! Killblade! Oh mein Gott! Einfach so! Dog Ace! Was heißt bei mir? Oh die! Oh mein Gott! Die machen hier was auf! Hinter dir, Marvin! Back war da, ja! Oh! Fuck you, Alter! Oh mein Junge! So spielt man Ranked! Alter! Ich geb ihm sogar direkt Leben! Aua! Ich hab Glass und Jackal hab ich ziemlich stark getroffen! Pfff! Wow! Von wo? Was war das denn? Das denn eine Spritze hab ich noch! Ich glaub die behalte ich für mich! Nice! Guck mal wieder durch das Loch! Ey, die Banner ist bei dem anderen gewesen! Oh mein Gott! Ich glaub sie ist zur Geisel gelohnt! Oh! No! 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 Justin! Nice! Komm jemand! Oh mein Gott! Holy fuck! Ich wusste grad nicht, dass er da drunter ist! Nice! Holy fuck! Nice Junge! Hehehe! Fizier! Marvin! Oh mein Gott! Oh das war krass! Die beiden hatten mir richtig Angst gemacht, Alter! Marvin, ich mach 2 Wann drauf! Geh weg! Warte! What the fuck! Alter! Wir sind... Wursch, Wursch, Wursch! Wursch, 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 Wursch! Wer ist denn Kapkan? Holy shit! Pick ihn! Ach! So! Du! Oh mein Gott! Ich hab ihn auch gekillt! Wo ist er denn? Ich wollt grad die Kapkan kaputt schießen und dann läuft da einer rein! Ich weiß das! Wollt die grad kaputt schießen! Warum sagst du nicht, dass seine ist? Ich wollt schnell hin, was mit den killen! Du hast doch selber gesagt, pass auf, lass Kapkan! Ja, aber ich wusste ja nicht, wo die waren! Oh mein Gott! Ich hab die Sicht auf die Treppe! Also wenn einer runterkommt, dann mach ich den weg! Ich drohne kurz nochmal! Also... Ich glaub... Oh mein Gott! Das ist Mavin! Er ist da! Ich mach ihn! Das ist Echo! Ist der einzige? Keine Ahnung! Ich hab einen gesehen im Raum! Der ist hinter einem... Er ist tot! Der... Einfach durch den Popkarton geballert! Plante doch mal! Der Planter, oder? Wo ist der letzte? Lass ihn mal in den Claymore rennen! Warte, ich mach ne Clay an den Planter hin und dann... Hab ich schon, hab ich schon! Hab ich schon! Okay, ich mach auch! Komm, ich versteck mich hinter dem Schild! Ich versteck mich hinter dem Schild! Versteck dich mal jetzt! Ich glaub, der hat keinen Bock auf uns! Alex, versteck dich! Der kommt von... What the fuck! Was macht der? Alle, guck Alex, der rennt wie ein Geier dahin! Ja, er muss den Killen nicht haben! Oh mein Gott, der hat sich selbst gekillt! Gut! Oh, Junge, Junge! Oh, Junge, Junge! Junge, haben wir... Er hatte voll gern Bock mehr! We have to wait for him, man! I'm sorry about that! Pass schon! Bis er da ist, haben wir schon zu Ende gezockt! Oh mein Gott, Slack grad heftig bei mir! Also ich bin im Menü gebackt! Jetzt nicht mehr! War auch im Menü gebackt! Mit Drang! Junge, nein! Als ob! Junge, hier sind wenigstens noch nicht so süchtige Kinder drin! Level 3! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Oh mein Gott! Ich bin rausgegangen! Ja, aber wer ist denn Partylieder? Du musst sowieso von selber rausgehen! Aber was mit Marvin jetzt? Was denn? Du musst jetzt alleine gegen Glenn! Ne, ich will den nicht, Emile! Ehrlich, ich schaff den nicht! Doch! Ich schaff den nicht! Ja, dann geh raus jetzt! Mach die Tür zu, ne? Geil! Halt die Frage! Oh, das ist ein crazy mother... Oh, das ist ein crazy mother...